Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transformers The Game. Wir spielen die Decepticons Kampagne und sind bestimmt irgendwann bald durch, weil eben ruhig ist, als ob er die Mission, na das kennen wir ja schon. Aber der hat die Mission nicht gespeichert, das geht mir gerade auf den Sack. Wir sollen jetzt zum Kraftwerk gehen und nach Francie suchen, aber bevor wir nach Francie suchen, möchte ich diese gelben Würfel mitnehmen. Falls sie nämlich in der Nähe Mission ist, die wir dann machen können. Wir haben schon wieder einen Bromensinhalt. Oh Mann, schon wieder in die Truffa wegzielt. Ja, Starspeed, ich bin doch schon dabei. Verdammt nochmal. Also die Polizei bleibe Stress mit mir. Jetzt reicht's. Und die Polizei kommt mitten ins Feld hinein. Na Polizei, freut euch! Boah, das muss ein harter Tod gewesen sein. Na dann, gehen wir mal zur Mission. Tja, in die Mission reingeschleudert. Auf der Suche nach Francie, zerstöre die Gebäude und suche Francie. Francie wurde von den Menschen gefangen und sie versuchen ihn zu zerstören. Die transportieren ihn durch die Stadt, um ihn von dir fernzuhalten. Zerstöre alle, alles um dich herum und finde ihn so. Francie, wo bist du? Da ist er. Francie! Boah, Barry-Kate. Du steuerst dich so beschissen. So. So. Machen Sie es, Informationen sind entscheidend. Reißen Sie sich in der Runde wieder und vergehen. Mach ich das, Grim. Fuck you bitch. Gefunden. 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 Für Zauber-Spiel eigentlich ziemlich Spaß. Ich muss sagen, das für Zauber-Spiel ist richtig geil. Das muss man noch mal leiser machen. Bei der gestrigen Aufnahme hat man sich kaum gehört. Hey, Arschloch. Jetzt reicht's. Laterne, ich brauch deine... Ey! Mann, das ist polizeilig. Ich brauch ne Laterne. Wumm! Wo ist der? Gib mein Rezeptikon-Freund wieder her, Mann. Verdammt nochmal. Gefunden. Ah, ich war falsch. Wie in derаunten Hölle aus dem Schrapp. Ich war richtig weit. Wie was das? Dreh mal, ey! Nee, es ist gar nicht bereit. Ich muss mich rasen, wenn ich. Mache ich. Ich reiß alles nieder. Ich reiß alles nieder, nur um den Eteplikon komplett zu finden. Gebt mir mein Kumpel zurück, verdammt noch mal. Und da ist er mein Kumpel. Ich reiß alles nieder. Ich reiß alles nieder. Wunderbarer Signal. Wenn ein Automotron ist, soll er durch deine Hand sterben. So Leute, das wird dann die letzte Mission für heute. Oh, wir müssen gegen Bumblebee kämpfen. Hi Bumblebee! Bumblebee! Bumblebee? Verfolgen! Hintere Bumblebee daran, das Polizeirevier zu erreichen. Na gut, weil ich noch ein bisschen brauche, müsst ihr da jetzt selber durchlesen. Weil ich brauche ja noch ein bisschen her. Dann... Mache ich. Mache ich. Geh weg. Wo ist Bumblebee? Bumblebee! Ich komme! Boah! Mit Barricade zie ich mich nur so scheiße steuern lassen, oder? Ach, mit L2 zu beim Blocken. Ich werfe Bumblebee mit diesen komischen Scheißkunden. Athena! Hast du Glück gehabt, Bu? Bumblebee! Bumblebee! Hier ist ein Baum raus! Scheiße! Irgendwie. Cこれは. Wir müssen das so ein bisschen auf die Straße! Und wir müssen noch was sehen! Wo ist die Straße? Zumindest das ist das hier? Oh nein. Dafür wie der Bumblebee ist ein Autobot, ist er gerade ein Haus leer sch Bread. Stürb, Bumblebee. Mensch, du bist mein Lieblingsautobot. Was? Oh, man. Oh, man. Verrückt dich. Komm her, Bumblebee. Hey. Verrückt dich. Oh. Bumblebee, Max. Verrückt dich. Du bist mein Lieblingsautobot. Doh. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, oh Auto-Bot-Bot Komm Stirb durch den Zaun Ey, lass mich Lass mich in Ruhe Du auch Ich würde mal sagen, das Fass ist explodiert Geh weg Geh doch weg Du auch Ich muss irgendwie mit so einem Fass bewerben Das ist der Auto-Bot-Bot-Zich-Toi Oh, shit Wo sind die? Hey, fang! Du solltest fangen und nicht abwehren Ey, wer war das? Irgend so ein Schlaumeier Du warst das Ja, komm her Wo bist du? Na komm, ich tu dir doch nichts Geh doch nur ein Fass auf dich Damit es explodiert Und BAM Und jetzt werfen ich den Zaun auf dich Gehst du? Und das war's schon Na gut, Leute Dann war's das für dieses Video Ich bedanke mich Fürs Zuschauen Und in der nächsten Folge Schätze ich mal Schätze ich mal Kämpfen wir gegen Bumblebee Und ja Dann war's das für dieses Video Ich bedanke mich für's Zuschauen Und ciao